willkommen bei den fotokollegen kurz gesagt diesmal über ein foto von frank morawitz vielen dank für deine einsendung danke frank ich finde das toll ich finde die atmosphäre toll die die tiefstehende sonne und da warst du wahrscheinlich zur rechten zeit am rechten ort mit diesen alten knorrigen bäumen ich will jetzt nicht sagen was für bäume sind ich habe keine ahnung von bäumen ein baum reicht ein baum reicht was uns ein bisschen auffällt ist dass der der blick der ja eigentlich durch diese allee in die tiefe führen soll dass der immer so ein bisschen nach rechts abweicht es liegt einfach daran dass wir hier diese hellen bereiche zwischen den bäumen noch haben und so ein bisschen dieses menschen gemachte diese beiden gatter hier ist eins und da ist auch eins da überlegen wir einen schnitt zu machen ja brauchen wir sie ich glaube ich glaube wir brauchen es nicht weil allein durch die asphaltierte straße wissen wir es vom menschen handgemacht die frage schneiden wir den baum noch an ich glaube wir machen das sogar so ein bisschen und das wäre der vorschlag für das bild was dann danach übrig bleiben sollte in richtung quadrat wir schneiden es mal so wir haben schnipp schnapp gemacht und jetzt sehen wir auch dass der blick eher auf der straße mit der flucht hier auf der straße bleibt und weniger das gatter hier und hier ins gewicht fällt diese hellen punkte finden wir jetzt gar nicht so schlimm denn auch nichts dran machen wir schauen hier eigentlich fast immer im dreieck also hier bleibe ich immer hängen mit den augen meistens genau das schon mal gut die blick richtung bleibt erhalten das geht der blick geht ja nach hinten raus ich denke wir haben die bild idee auf den punkt gebracht lieber frank schreib uns doch bitte deine meinung und wir wünschen dir viel spaß wenn du wieder mal auf diesem feldwegen unterwegs bist bis dann bis dann